Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Suche nach einem neuen Sportdirektor für Schalke 04. Denn Ruven Schröder ist seit gestern mehr als überraschend einfach weg und das aus persönlichen Gründen. Und damit geht der Architekt des Schalker Aufstieges. Natürlich ist das eine bittere Nachricht für den ganzen Verein, für alle Fans. Auch wenn natürlich diese Saison einige Personalentscheidungen, ob im Trainerbereich oder im Kaderbereich, nicht mehr so gut zusammenpassten wie noch in der vergangenen Spielzeit. Trotzdem ist natürlich das Timing unglaublich ungünstig. Mit Thomas Reis konnte aber immerhin trotzdem ein neuer Trainer präsentiert werden. Bis zum Winter wird man die Schröder-Aufgaben intern auffangen. Unter anderem Sportvorstand Peter Knebel, Gerhard Asamor oder auch die Scouting-Abteilung gut möglich, dass aber dann in der WM-Pause ein neuer Sportdirektor vorgestellt wird. Und genau dafür habe ich fünf Kandidaten gefunden. Ehemaliger Kapitän Schalker durch und durch. Und für mich als Fan ist Benedikt Höwedes Schalke-Geschichte auch durch sein Ende bei uns noch nicht zu Ende geschrieben. Irgendwie habe ich im Kopf das Gefühl, Höwedes und Schalke, die müssen nochmal zusammenfinden. Nach seinem Karriereende 2020 ist der 34-Jährige letzte Jahr nach der EM-Teammanager im DFB geworden und ist dort die rechte Hand von Manager Oliver Bierhoff. Bei der Nationalmannschaft ist Höwedes nämlich das Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer, Team und Management. Und genau diese Rolle kann er sicherlich dann auch bei Schalke übernehmen und eben auch so als Sportdirektor interpretieren. Denn wenn er dann in seinem Rücken das von Schröder aufgebautes Scouting-Team hat, könnte Höwedes vor allem auch das Aushängeschild sein und vor allem auch kommunikativ nach außen wichtig werden. Genau in dieser Rolle kann ich ihn mir dann bei Schalke auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Natürlich ist aber hier erstmal die Frage, ob Höwedes das selber überhaupt möchte. Denn wie gesagt, sein Ende bei Schalke war sicherlich nicht feierlich oder war sicherlich nicht so viel wert, wie er es extrem verdient gehabt hätte als Kapitän, als jemand, der immer für den Klub gebrannt hat. Und natürlich hat er jetzt eine Aufgabe beim DFB, die sicherlich vor allen Dingen auch darauf hinabgezielt hat, bei der WM eine Rolle zu spielen. Und dann müsste er natürlich eigentlich schon die WM canceln, um eben den gesamten Winter in der Vorbereitung schon auf Schalke zu sein. Ich könnte es mir persönlich aber gut vorstellen, dass das eben in dieser Rolle als Aushängeschild, als vor allem auch jemand, der in Interviews und Co. auftreten wird, der der Boss von der Scouting-Afteilung ist, aber wo eben auch gute Leute drin sind, die eben auch ein gutes Netzwerk haben. Und ich glaube, das könnte dann auf jeden Fall schon wirklich gut zusammenpassen, wenn er da auch einfach Bock drauf hat. Schaut man sich in Schalker Fanforen um, fällt auch immer wieder der Name Horst Held bei der Suche nach einem Nachfolger für Ruven Schröder. Der 52-Jährige war ja von 2010 bis 2016 als Vorstand Sport bei Schalke für den gesamten Sportbereich verantwortlich. Unter ihm gab es jetzt auch nicht diesen typischen Sportdirektor, wie man es eben mit Schröder und Knebel hatte. Somit hätte nun Horst Held Peter Knebel nochmal als Vorgesetzten. Allein diese Struktur macht es deswegen für mich unwahrscheinlich. Held wäre zwar für die Transfers zuständig, müsste aber auch immer wieder alles nochmal von ein, zwei anderen Ebenen absegnen lassen. Zudem Thema Transfers eine Thematik, bei dem es vor allen Dingen auch beim Ende beim 1. FC Köln nicht so gut gelaufen ist, wo Horst Held auf jeden Fall nicht die besten Entscheidungen getroffen hat. Als Typ mag ich Hotte auf jeden Fall immer noch persönlich sehr. Sein Ende auf Schalke ist, finde ich, auch bis heute extrem bitter. Ein Comeback ist meiner Meinung nach aber eher schwer vorstellbar. Ein weiterer ehemaliger Bundesliga-Manager, über den nun wieder gesprochen wurde, ist Bruno Hübner, der 2021 eigentlich aufgehört hat und sich auch zurückgezogen hat aus dem Fußball-Business. Der 61-Jährige hat bei Eintracht Frankfurt über Jahre hinweg wirklich tolle Arbeit geleistet und genau in dieser Position eben die Schalke gerade offen hat, als Sportdirektor. Mit seiner Erfahrung kann er Schalke natürlich extrem helfen, darüber muss man sich nicht unterhalten. Das ist sicherlich ein Top-Mann für diese Position. Auch hier ist es aber eher unwahrscheinlich, zumindest wenn ich nach meinem Eindruck gehe, denn auch hier muss natürlich eine Frage erlaubt sein. Warum sollte Bruno Hübner sein Karriereende für Schalke abbrechen? Ich kann es mir schon mehr vorstellen, trotzdem wird man sicherlich über diesen Namen ein bisschen diskutieren können. Ein spannender Kandidat ist seit Oktober auf dem Markt und zwar Christopher Wiefel. Bei Ebe Leipzig war der 35-Jährige jetzt als Kaderplaner tätig und hat die Transfers auch in der jüngeren Vergangenheit alleine damit abgewickelt. Das Ende eben im Oktober war durchaus überraschend. Es gab wohl auch interne Unstimmigkeiten, hing vielleicht auch damit zusammen, dass man eben Max Eberl als neuen Geschäftsführer Sport geholt hat. Zwischendurch wurde dann Fiefel sogar auch bei Chelsea als Sportdirektor gehandelt. Das hat sich aber nie wirklich erhärtet. Sprich, ob da jetzt wirklich was dran war, ist schwer zu sagen. Und auch deswegen ist es halt auch schwer einzuschätzen, inwiefern Schalke bei ihm eine Chance haben kann. Hier würde man auf jeden Fall eher einen Mann für den, ich würde mal sagen, Hintergrund bekommen, der sich vor allen Dingen auch um Transfers, um Scouting, um Kaderplanung kümmern würde. Der natürlich aber auch interviewmäßig und nach außen gut was kann. Der jetzt aber nicht dieses typische Sinnbild Schalke 04 wäre, wie es ein Schröder verkörpert hat oder ein Höwedes sicherlich auch könnte. Aber natürlich transfertechnisch ordentlich was drauf hat. hat sich auch über Hoffenheim und Leipzig von Videoanalysten bis hin zum Chefscout über den Kaderplaner weiterentwickelt. Und das spricht sicherlich für die Qualitäten, die er in diesem Bereich auch wirklich mitbringen kann. Die naheliegendste, schnellste und wohl auch ehrlich gesagt günstigste Lösung lautet wahrscheinlich Gerald Asamor. Die Schalker-Vereins-Ikone ist ja eigentlich bei jedem beliebt. Seit 2021 ist er leider Lizenzbereich und übernimmt auch jetzt schon mehr Verantwortung nach dem Ende von Ruven Schröder. Viele sehen in ihm wahrscheinlich nur den emotionalen Schalker, der das breite Grinsen hat, wenn es richtig gut läuft, der Tränen in den Augen hat, wenn es eben nicht gut läuft. Asar hat aber auch noch deutlich mehr drauf und ich glaube da unterschätzen ihn auch manche. Als Manager der zweiten Mannschaft hat er nämlich diese zurück in die Regionalliga West geführt, sich auch dort schon um Transfers und Co. gekümmert. Zudem besucht er auch mehrere Fortbildungen, um auch einfach als Manager zu reifen. Vor ein paar Wochen hat Asamor zudem auch mal gesagt, er möchte irgendwann mal auf dem Niveau von Schröder sein, auch gerne mal sich so ein Netzwerk aufzubauen, um dann eben auch als Sportdirektor funktionieren zu können. Jetzt ist zumindest die Chance schon da, diesen Karriere-Schritt zu gehen. Auch bei Asamor wäre es aber natürlich deswegen wichtig, bedingt eben durch das Netzwerk, was natürlich noch nicht so groß sein kann wie bei Ruven Schröder, einen starken Scouting-Bereich auch im Hintergrund zu haben. Aber warum sollte man nicht auch mal den eigenen Leuten Chancen geben? Ich finde, dort macht sich Schalke teilweise noch ein bisschen kleiner und schlechter, als man eigentlich ist. Man soll doch mal die eigenen Leute fördern und fordern. Und genau das kann man jetzt mit Gerald Asamor machen. Kommen wir zum Fazit der Sportdirektorensuche für Schalke. Erst einmal muss man sagen, dass der S04 im Großen und Ganzen, was dieser Scouting-Bereich und Management-Bereich angeht, immer noch gut aufgestellt ist. Zumindest, wenn man eben das so beibehält. Meiner Meinung nach hinterlässt aber Schröder vor allen Dingen eine Lücke in der Außendarstellung, in der Kommunikation und einfach als Anführer dieser ganzen Bereiche. Und genau deswegen sind meine klaren Favoriten Gerald Asamor und Benedikt Höwedis, die ich mir in dieser Rolle extrem gut vorstellen kann. Natürlich ist aber halt auch die Frage, ob vielleicht Schröder in ein paar Wochen, Monaten beim anderen Klub anheuert, ein paar Leute aus Schalke scouten, die mir eben auch dann dorthin holt, dann muss man natürlich nochmal neu überlegen. Dann wären neben auch erfahrene Manager wie Horst Heldt oder Bruno Hübner sicherlich nicht verkehrt. Oder auch ein Christopher Fiefel, der genau aus diesem Bereich kommt. Aber wenn man eben das Team und den Hintergrund so beibehalten kann, wie es aktuell ist und man sozusagen die Position von Schröder 1 zu 1 besetzen müsste, dann kann ich mir Gerald Asamor sehr, sehr gut vorstellen, weil es einfach naheliegend ist, weil man ihn fördern kann. Oder eben auch Benedikt Höwedis, der vor allen Dingen auch in der Außendarstellung, glaube ich, Schalke richtig gut tun würde. Und jetzt seid zu guter Letzt noch ihr gefragt, welcher meiner fünf Vorschläge passt eurer Meinung nach am besten zu Schalke? Wen geht es möglicherweise noch und wie sollte sich Schalke dort in Zukunft aufstellen? Schreibt das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.